Ja. Gib mir mal ein Schild. Wie hättest du es denn gern? Ja, so ist schön. Oder zum Mitnehmen halt, ne? Sagen, sie müssen hier weg. Ja, das passt. Wir rennen weiter. Wunderbar. Sie haben gleich keine medizinische Unterstützung. Einsatzleistung? Es kommt keiner dacht. Ja, okay. Stolz! Aus am besten mit der Preise Aus am besten mit der Reise Aus am besten mit der Reise Wir sind ja noch nie mit der Reise So starten LAT starten Ich fahr das Schild runter und dann weg hier Oh Gott Ja, Scharfschutz und Troiden Wieder zu eins Okay, kein weiter v-ball Schauber Stryker prescht doch nicht mal so weit vormatch Demontiviert Ruck beim Mein Gott, zurück, zurück So, wir tauschen Seit wann können Valsch ausm Hyperraum springen? Achso, kennst du Markov Ah, ich glaub, ich hab den letztens auf Vardos gesehen Ist doch dieser kleine Zivi-Wurm, oder? Ja, der hat ein Upgrade bekommen, der hat eine Hut Oha ha Komm mal mit Ja, der hat ein kleines Upgrade in der Müllpresse gekriegt Ah, habt ihr wieder euren Airborne-Job getan? Ja, ist gelogen Okay, hört auch an mir Das hast du nicht von uns Lieb, dieser hält sich grad noch am Tor auf Und ist in einer Konversation Ich weiß gar nicht, was ihr meint Nichts sagen Alles gut Ich war vorhin schon 20 Minuten im Knast Wenn sie petzen, kriegen sie auch das Upgrade Ich weiß gar nicht, was ihr dod Untertitelung des ZDF, 2020